Vier, fünf Spieler am Fünfer, ist gut, ein Riesentor von Lars Stindl, was für ein Treffer bei seinem Comeback, eine tolle Freistoßvariante, völlig überraschend für alle, außer einem, und der heißt Lars Stindl, aber die nimmt da technisch ja auch klasse. Wunderbar, also, haha, da sehen so die Kleinigkeiten, nicht, dass er den Ball super getroffen hat, sondern die Idee überhaupt, jetzt hat man mal mit Matthäus Kommt nach dem München, den Ball zurückgespielt, überragend, überragend. Und das ist jetzt, was der KSC braucht, so ein Spieler, der die Mannschaft mitreißen kann, der das Selbstvertrauen gibt, ja. Er ist ja als Kind ein Riesen-KSC-Fan gewesen, hat das Trikot von Icke Hessler im Keller zuletzt gefunden bei seinen Eltern, und technisch, also das hätte der Icke, glaube ich, auch nicht viel besser hingekriegt. Ah, ein Riesending. Da sehen wir es nochmal, schlägt natürlich dann auch noch ein, also da passt alles zusammen.